Seit zwei, drei Jahren haben wir einen grossen Traum. Es war nur so ein kleiner Club, etwa 10 bis 15 Personen. In den letzten 20 Jahren haben wir uns fokussiert auf Kinder- und Jugendförderung. Wir wollen den Leuten Freude an der Bewegung zurückgeben. Und möchten eine Begegnungsplattform bieten für junge Flüchtlinge und Einheimische. Viele Emotionen, viele tolle Projekte. Bewirb dich jetzt für das 30-jährige Jubiläum vom Sanitas Challenge Award. Die Vielen Dank.